Hallöchen und Willkommen zurück bei The Book of Anholten Tales, die Viehkroningen Und ja, wir hocken jetzt hier nun in diesem Kessel drin, in diesem Kochtop Müssen wir schauen, dass wir irgendwie diesen Yeti entkommen Wo der gute Professor und Doktor drin hängt Ähm, was haben wir? Nix? Ja, dann schauen wir doch mal, was können wir denn hier machen Gucken wir doch erstmal das an, wo wir drin hocken Wobei hier, wenn man sich das mal so verlegt, ne, zu der Zeit Winter ist ja recht kalt Unter einem schönen, warm, gemütlichen Kochtop sitzen ist ja auch mal was anderes Dauer, dann betrachte den Kochtop Hä? Was bist denn du? Hilfe! Komm her! Dann lass dir was einfallen! Na toll! Mein Schicksal entscheidet sich beim Kampf zwischen einem großen weißen Monster und einem kleinen pinkfarbenen Ich frage mich, was das für ein Vieh ist Kapitel 2 gestrandet Ja, das ist wohl das Vieh, worum es hier geht Das sieht ja auch echt lustig aus Ach, ich bin mal gespannt So, Ladebalken Ladebalken, Ladebalken, Ladebalken Kurze Zeit vorher Glocken Machen Glocken So Du lustig. Ich glaube... Wir sollten dich hier zurücklassen. Nein! Willst du uns alle umbringen, Bursche? Togu. Sprich in der Sprache dieses Landes. Wuladulaha. Er muss es lernen, Leila. Lass ihn. Nicht böse gemeint. Das weiß ich. Es ist pure Unfähigkeit. Ich will wegen so einem kein weiteres Jahr hierbleiben. Ruhe lassen. An die Arbeit. Und du? Raus hier. Geh irgendwo hin, wo du kein Unheil anrichten kannst. Papa! Zogun! Zogun! Also, die erinnert mich ja so ein bisschen wie an die Prinzessin Vespa von Spaceballs. Mit diesen Knüppeln hier hinten dran. Ach, das ist ja... Kann ich den jetzt ja steuern? Ja! Ach, wie geil das darf denn? Ups. Hey, Entschuldigung. So. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu leise. Also steuere ich jetzt dieses Vieh hier. Äh. Ja. Ach, was ist jetzt hier der Sinn, das Ganze? Ach, das ist ja auch sehr geil. Na gut. Okay, ähm... So, was machen wir denn jetzt hier? Rekrofall. Wir reden aber vor. Ja, ziemlich kaputt. Mit Herz schneller. Ohne länger. Was? Ja. Geh hinaus. Oh, gucken wir uns mal das Vorderband an. Wer schreibt keiner! Ach, der jetzt, wo es sagt? Stimmt. Reden wir doch vor mit Leila. Oder gucken wir uns das an? Ja. 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 Ich glaube, da muss man die Schule bei Rosetta Stone besuchen hier. Das geht ja gar nicht. Beschädigung. Was? Ach, schade. Ich kann sie nochmal anklicken. Na gut. Alarmleuchter. Oh mein Gott. Oh, ich ist das schön. Glaskugel. Ach, die können wir mitnehmen. Verschwinde! Kannst du nicht jemand anderen stören? Ich bin auch mal die Glaskugel. Ich weiß, dass Leila die Kugel gerne wiederhaben will. Aber Strafe muss sein. Na gut. Dann eben nicht. So. Haben wir denn hier noch irgendwas? Die Schraubzwinge hier ist ja auch stylisch. Oder wann da ging... Ja, dann nehmen wir doch einfach mal die Alarmleuchte mit. Was? Ich hab nix. Machen wir mal. Oh, Gebärdensprache. Na jetzt wird's... Jetzt wird's ja lustig. Äh, dann gehen wir doch einfach erstmal raus. Oh, ein Pinguin! Da sieht ja süd aus. Guck mal, hier hast du was. Da kannst du deine... Alarmleuchte rausdrehen. In die Laten. Klebeband. Bip! Bip! Nimm Bip! Hä? Äh... Bip! Hallo, spuckt das aus? Ja gut, Taschen hat er ja nicht. Wo soll's auch hin? Ventilator! Ich will jetzt! Tsch! 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 Was? Näh! 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 Betrachte Kabel! Kabel betrachten! O-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M! das ist ein Festgefroren oh mein Gott gut Klebeband ja und wir wühlen im Schrott rum so LALO PUKLUTE was? nö gut da geht jetzt also nix mehr ähm also für das Kabel brauchen wir wahrscheinlich irgendetwas anderes für die Leuchte da drinnen hier so ein Schlüssel das wäre ja super Klebeband wozu wir das brauchen keine Ahnung jetzt zumindest noch nicht und wir quatschen einfach nur mit dem Pinguin oder gucken uns ihn erstmal an LASNAT ach ja was äh ärgere den Pinguin och nö oder na komm ach komm nochmal angucken LASNAT und jetzt ein Quichu Pinguin ooooh oooohh können wir das nochmal machen LASNAT NOCHMAL NOCHMAL Errungenschaft freigeschalten Angry Pearls ok wahrscheinlich ein kleines Gimmick hier im Spiel na gut dahin betrachtet das fast Winter ist Mh Nja DIN DIN Was?! Na gut hier hinten gehts weiter Generator Ah, da kann man dann vielleicht mit dem Kabel irgendwas machen. Vermute ich mal. Okay. Gibt's da sonst noch irgendwas mehr? Äh, die Drache Kista. Puh, was? Durchsucherkiste. Was? Ein Strohhalm. Ach, natürlich. Das ist ja genau das, was ich jetzt brauche. Klebeband und Strohhalm. Mensch. Äh. Hm, nix mehr. Biu sch Brenda! Biu sch spiderue! Bup, buump, Bu-Bup. Ach, das ist ja cool. So, kann man dann hier irgendwie Strohhalm? Nö. Hier, Klebeband? Nö. Na gut, das war auch jetzt nur für nen Test. Klebeband, Müll, Strohhalm, erstmal hier gleich alles mit allem ausprobieren. Das wär ja auch sehr lustig gewesen hier, aber egal. So, gibt es hier noch irgendwo lang? Eisflächer! Hier war nix nö, gut. Pinguine! Ah, da können wir uns dann befreien. Merkstatt, Ulus! Wir quatschen gleich mal mit Ulus. Was wollen die Pinguine? Ähm, ja, dann reden wir mal mit Ulus. Pinguine! Hallo, Retta! Hallo! Oh, oh! Pinguine! Manf! Was? Ah, der angelt wahrscheinlich gerade Fische, weil er Hunger hat. Ich find das Spiel hier geil. So, ich rede nochmal mit ihm. Pinguine! Hallo, Retta! Hallo! Hallo! Oh, oh! Pinguine! 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 Ich bin ja auch gespannt, was ganze... Ach, wie lustig! Was war denn das hier? Okay, gucken wir erstmal in die Kiste rein. Was? Weil... 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 rechts wird... Das scheint ja hier so eine... Äh... So eine Tierliebe zu sein. Gut, wir gucken trotzdem erstmal in die Kiste. Nein! 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 Das ist nichts für liebe Tierchen! Das ist böses Menschenzeug! Und ich brauche es für meinen Protest! Hä? Keine Angst! Die Kiste ist biologisch abbaubar! Sie kann dir nichts tun! Die hält uns wofür ganz blöd! Äh... Wer ist das eigentlich? Pinguine! Oh! Hallo, mein kleines Kerlchen! Pinguine! Du musst dich nicht mehr fürchten! Petra ist hier und sie liebt alle Tiere! Auch die Hässlichen! Hä? Boah, wie gemein! Also ich hoffe ja nur, dass ich mit dem Kerlchen hier nicht noch Auswahl-Dialoge bekomme! Weil da habe ich ja nun... Boah, das wäre ja... Ich würde mal die Sprache interessieren! Und was das überhaupt für ein Vieh ist! Dieses... Knäuel hier! Steinkopf! Unhehnung! 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 Da gehen wir doch mal zur Jedi-Höhle! Die nehmen wir gleich mit. Und rein damit. Hm. Eine Waage! Hm. Gut, dann hier Holz. Holz können wir nicht mitnehmen. Anscheinlich. Okay, wenn ich in der Schnur ziehe, das mache ich erstmal nicht. So. Dann würde ich mal sagen, was wir hier alles Schönes noch rausfinden. Und. Oh. Da war zwei unterschiedliche Augen. Äh. Was wir alles Schönes hier rausfinden. Und ob der Yeti kommt. Und unseren tollen Protagonisten hier wiederbringt. Wie auch immer. Das erfahren wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.